Schau, was der Hund dem Baby angetan hat. Es war einmal ein Mann namens Thomas, dessen Leben sich schlagartig veränderte, als sein kleiner Sohn Liam mit einer seltenen Krankheit geboren wurde, die ihn von der Taille abwärts gelähmt ließ. Thomas war verzweifelt und wusste nicht, wie er seinem Sohn helfen konnte, ein normales Leben zu führen. Eines Tages hörte er von einer ungewöhnlichen Therapiemethode, die Anschaffung eines speziell ausgebildeten Hundes. Thomas beschloss, alles zu tun, um seinem Sohn eine Chance auf ein glückliches Leben zu geben und begann, nach einem geeigneten Hund zu suchen. Nach Wochen intensiver Recherche fand er einen Labrador namens Buddy, der speziell darauf trainiert war, Kindern mit Behinderungen zu helfen. Als Buddy in ihr Zuhause einzog, geschah etwas Unglaubliches. Liam, der zuvor kaum Lebensfreude gezeigt hatte, begann plötzlich aufzublühen. Die Anwesenheit des Hundes schien ihm eine neue Energie zu geben und sie entwickelten eine enge Bindung zueinander. Buddy war nicht nur ein treuer Begleiter für Liam, sondern half ihm auch bei alltäglichen Aufgaben, die für einen gelähmten Jungen eine Herausforderung darstellten. Durch die Unterstützung von Buddy lernte Liam, sich selbstständig zu bewegen und seine Mobilität zu verbessern. Thomas war überwältigt von der positiven Veränderung, die der Hund in das Leben seines Sohnes gebracht hatte. Die beiden wurden zu einem unschlagbaren Team und inspirierten viele Menschen in ihrer Gemeinschaft. Die Geschichte von Thomas, Liam und Buddy verbreitete sich schnell. Und sie wurden zu einer Quelle der Hoffnung und Inspiration für Familien, die ähnliche Herausforderungen meistern mussten. Dank der bedingungslosen Liebe eines Hundes erlangte Liam nicht nur seine Lebensfreude zurück, sondern auch die Fähigkeit, sein Leben in vollen Zügen zu genießen. Ungeachtet seiner Behinderung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video. For President For President